Willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 5 zusammen. Ihr wisst schon. Ja, Daniel 666 wieder dabei. Und ich natürlich. Das war Micro. Und der andere Daniel ist auch wieder dabei. Der eben sich aber zeigt, dass er hat, mit dir mitzukommen. Genau. So, ich mach mal eben hier... Das hier. Ja, Daniel, wie gesagt, du kannst ruhig auch was sagen. Na, nur wenn... Na, nur wenn du was sagen willst. Genau. Ich muss es mal wieder mal umkühlen. Titanic, Titanic, Titanic. Schade. Ich hab ein goldes Ei. Scheiße, Kettensägenfreak. Was, jetzt schon? Ja, jetzt schon. Aber nicht hier hinten, ne? Scheiße, lass mich da nicht da. Ja, dann werde ich... Ne, dann geh ich da nicht lang. Dann geh ich woanders lang. Ich kann nämlich noch, äh... Die spinnen die Römer. Ja. Ich komm mir hier zur Kettenwerfer einfach mal. Nur für alle Fälle. Und jetzt da aber runter, oh, oh, Junge, ne. Der lässt mich ja gar nicht mehr in Ruhe. Ich hab den Ex getan. Hilfe. Oh, muss dann hier gleich wieder Krebs aus dem Hals kommen. Und ich mutiere langsam zum Jill Valentine-Spieler. Und das nur dank meinem Profi. Ich bin so over-skilled hier. Boah, dieser Kettensägen-Typ gibt mir sowas von auf den Sack. Auf keinen Fall eingebildet. Spielt ihr denn ein Liebeslied auf der Kettensäge? Ja. Da ist da auch mal was Neues. Hab mich lieb, hab mich lieb. Ja, da ist... Nö, 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 nö. Ja, er ist tot. Seidank. Wirklich tot oder ist er nur... Ich weiß nicht, ob man das so tut. Wenn er nur... Wenn sich nur hingelegt hat, ist er nicht tot. Dann steht nochmal auf. Dann hat er... Rampage-Tumoros an. Oh, es steht wieder auf. Dann hat er Rampage-Tumoros an. Dann solltest du laufen. Ja, ich lauf, ja. Boah, sagen wir mal, ich springe. Und zwar schnell und weit. Boah, ey, hier laufen so viele Zeugs rum, ey. Oh, oh, nicht jetzt nachladen. Das ist nicht schlecht. Ähm, Stormy, wo hast du den Raketenwerfer geholt? Oben, wo ich angefangen hab. Wo du auch warst vorher. Ach, da war auch noch einer. Na, ich hab mir jetzt eben von hier geholt. Ob die andere Seite oder was? Na, hier vom Kran oben, wenn du darüber dann schwingst. Da eine, einer steht da noch. Ja, sind zwei, da hab ich immer da. Wo ist der platziert? Der wird natürlich falsch platziert. Woa. So. Der macht mich nieder, ey. Der wird mich nieder machen. Los, fall um. Ich hab dich getroffen. Jetzt kann ich mal sein, dass ich lang gewinne. Lass mich bloß hin. Oh, ich hör schon was Pfeifen hinter mir. Dann, 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 kommen Sie mit, Mr. Kettensäge. Ist das denn hier unten? Change for Chai ist das, glaube ich. Nee. Oh, Jill, Jill amüsiert sich hier. Boah, das ist ja immer noch auf mich abgewinnt, der Typ. Wo bist du denn? Ja, wo soll ich dir sagen? Zwischen Containern. Oh, ich komm mal da hin. Oh, jetzt werd ich auch noch. Bin gleich da. Ach, da ist er. Der flippt grad aus. Nee, echt? Ich werd angefressen hier. Er ist tot. Ja, super. Und mich peitscht hier ne Nutte. Nuttenalarm. Diese olle Mist-Kräte. So, hast du davon. So, ja. Endlich bin ich diesen vollen Affen los. Ja, einen könnte ich dann noch, äh, ganz schnell mit Raketenwaffer erledigen. Ah. Wenn einer kommt. Hey, ich wollte noch einen Beruch. Ich hoffe, ich bin nicht zur Seite. Geh mal hier hoch. Oh, ich höre das schon wieder ein. Ah, hier oben sind gleich zwei. Zwei. Nicht mehr zwei. Eliminierungs. Der steht gleich wieder auf. Neh mich mal an. Neu, steh auf, du sauf. Lass es knacken. Ja, ja, ja. Ist auch einer jetzt bei mir, na wie? Ist auch einer bei mir jetzt? Ich höre auch so verdächtige Geräusche in Richtung Gesäge. Na, den, die haben wir jedenfalls hier platt gemacht. Ah, hier, ich höre einen wieder. Oh, du na auf. Ja. Oder? Boah. Oho. 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 der neue gefangst der lichte pflanze da unten das ist schon wieder einer also auf der siegte körper ich habe ihm das auge geschossen und feier nach hause aber der nicht nach und jetzt zieht die leine nein nein er will ich will nicht mehr der nächst klar du blödes fies die leine nein 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 ach man ja muss ich auch noch nachladen boah haben die jetzt ganz immer genug schon wieder einer kettensäge macht ein spiel ja klar hinter uns ich höre doch schon wieder einen oh noch einer ich hab keinen ich bin doch sehr froh darüber dass ich noch keinen hatte boah beinahe hat er mir den kopf aufgesiegt aber nur beinahe boah jetzt geh doch hier mal weg hier ja haben wir davon alles wenn man schon sagt gehen ich bin habe ich jetzt nicht so in erinnerung dass so viele kamen doch hier kommen ja extra viele weil sie nicht allzu stark sind auch zu viel zimmer ne 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 auch wenn wir hier jetzt sender spielen würden wenn sie so viel kommen boah guck mal schon schwitzen auf jeden fall hier runter gehen so so haben wir langsam alles oder wie ist das ich habe mal welche bei mir habe ich dann wäre dabei kein kein dem ich das mal an kopf halten könnte servus ich glaube ich weiß noch wo bei einer ist aber nur mit der voraussetzung a und forsten b da oben sind da welche ja oben auf dem ding boah die warten ja da oben sind da welche schade ich habe es alle schade weggefeilt und ich war gerade dabei sie so schön weg zu hauen boah fährt das schiff äh ja eigentlich schon oder was er guckt ja wenn ich hier oben wasser gucke ich schon ja noch nie so drauf geachtet schon richtig rum hehehe schläfensache das ist doch immer noch einer ja so schade ich höre doch aus mit einer Kettensäge ne heli ja den höre ich auch nein mir steht jetzt Stormy es ist nicht wahr aber mir steht auch Stormy Prozent ja aber nur ein bisschen der Kasskirche Spielsitzungen des Verlassen Nassie aber sie war ja was am Ende war ja was am Ende ist es zur Verlust da war ja schon nach dem Jahr das kannst du so lassen Prozent ich habe trotzdem noch mal ein welche aber nicht achten und nicht der Blick Prozent der Blatt muss weg der wäscher muss weg ja Prozent 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 uns das Dormil im Blick nicht muss dann kannst du auch wechseln auf Prozent auf um die Saison es ist weg mehr er hat sich verlassen das ist ja geil Prozent nicht